YouTube ist also keinesfalls irgendwie der Weg, um schnell an viel Geld zu kommen. Wenn ihr was anderes in Aussicht habt, wenn ihr eine Ausbildung macht, irgendwie einen Job in Aussicht habt, irgendwas, womit ihr direkt sicher Geld verdienen könnt, dann macht das auf jeden Fall. Sagt nicht irgendwie, ich mach das nicht und mach jetzt lieber YouTube, macht das auf gar keinen Fall. Wenn ihr YouTube dann aber doch eine Chance geben wollt, dann gibt es ganz klar Sachen, die ihr machen sollt und Sachen, die ihr auf keinen Fall machen sollt. Dinge, die ihr machen sollt, sind zum Beispiel Kooperationen mit anderen YouTubern machen, mit Freunden, mit denen ihr gerne spielt und so weiter. Nutzt die Chance, deren Zuschauer und eure Zuschauer zu kombinieren. Dabei sei aber gesagt, und das ist jetzt wieder bei den Sachen, die ihr nicht tun sollt, erstens, nervt keine großen YouTuber mit Anfragen, ob ihr was mit denen machen könnt. Das ist verschwendete Zeit. Jemand, der extrem, der sehr viel größer ist als ihr, der wird eure Nachricht sofort wegklicken, weil das für ihn keinen Sinn macht. Wenn ihr jetzt meinetwegen 500 Abonnenten habt und ihr sucht Partnern zum Kooperieren, dann schaut zwischen 4 und 600. Und wenn ihr 10.000 Abonnenten habt, dann schauen zwischen 9.000 und 11.000 Abonnenten. Geht nicht so weit weg von euch. Egal in welche Richtung, das macht keinen Sinn. Die Großen blocken ab und die Kleinen machen natürlich gerne was mit euch. Aber es bringt euch nicht weiter in dem Fall. Und noch an dieser Stelle angemerkt, wenn jemand jetzt nochmal diesem scheiß Konkurrenzdenken kommt, immer wird rumgeheult, YouTube ist so schwierig geworden bei Konkurrenzdenken. Wollt ihr geschaut werden oder wollt ihr das andere geschaut werden? Ihr seid Konkurrenten. Ihr macht zwar auch Dinge zusammen und man soll an der ganzen Sache auch Spaß haben. Aber wollt ihr, dass ihr geschaut werdet oder soll euer Nachbar geschaut werden? Das ist ganz einfach. Eine weitere Sache, die ihr auf jeden Fall machen sollt, ist, seid freundlich. Wenn euch ein ganz kleiner Zwirn anschreibt und mit euch kollaborieren will, entweder klickt ihr den weg, weil ihr einfach eine riesige Flut von solchen Nachrichten bekommt, dann ist es eh wurscht. Und wenn ihr die Möglichkeit habt zu antworten, weil ihr noch nicht so viele PMs am Tag bekommt, dann antwortet einfach freundlich und sagt, tut mir leid, ich kann nicht. Ich will nicht pipapo und schreibt einfach irgendwas. Und nicht auf dem hohen Ross sowas. Ich bin viel größer, ich brauch dich nicht. So soll es nicht sein. Seid freundlich, immer. Was ihr machen sollt, innovativen Content sollt ihr erstellen. Ihr könnt nicht einfach irgendjemandem nachmachen oder so, weil das kommt dann saublöd, wenn ihr jemanden eins zu eins imitiert. Erstellt innovativen Content, denkt euch Sachen aus, geht mit eigenen Ideen ran und setzt die durch. Was ihr machen sollt, eure Titel müssen Neugier erwecken. Versucht richtig interessante Videotitel zu nehmen, die die Neugier direkt erwecken. Was ihr auf keinen Fall machen sollt, lügt nicht in den Titeln. Ihr könnt nicht einfach hinschreiben, ich hab hier neuestes Material von GTA 6, aber dann kommt nichts von GTA 6. Das bringt nur Daumen runter, die Leute gucken bei euch rein, stempeln euch als Lügen ab und kommen nie wieder vorbei. Ihr sollt die Titel so wählen, dass sie Neugier erzeugen. Ihr könnt, man nimmt Verruchte oder was weiß ich, aber es muss Bezug haben auf euer Video. Ihr könnt nicht einfach rumlügen. Was auch noch ganz wichtig ist, seid aktiv. Ihr müsst nicht jeden Tag ein Video hochladen, aber ihr solltet, wenn ihr eine gewisse Aboanzahl erreicht habt, solltet ihr schon immer mal wieder was hochladen. Ich sag jetzt zum Beispiel mal zweimal die Woche. Eure Zuschauer schauen sich die Videos an, denen gefällt es und die wollen dann auch in gewissen Abständen einfach wieder was Neues von euch sehen. Sonst wenden sie sich irgendwann ab und sagen, der macht ja nichts mehr und dann deabonnieren sie wieder und das war's. Und was das Wichtigste ist, seid auf der einen Seite ehrlich zu euch selbst, zieht euer Ding durch, macht das, was ihr wollt. Seid aber dennoch so flexibel, um auf eure Zuschauer einzugehen. Wenn eure Zuschauer schreiben, das Format ist richtig scheiße, hör auf damit, das gefällt uns einfach nicht, dann solltet ihr damit aufhören, weil nur weil das euch gefällt, muss es den Zuschauern nicht gefallen. Und wenn ihr ganz ehrlich seid, es sind so viele Idioten da, die sagen, ich mach YouTube für mich, weil es mir Spaß macht, mir ist es egal, ob jemand zuschaut, ja dann, ich darf jetzt nicht ausfallen werden. Dann ist es gelogen. Wenn ihr was für euch macht, dann müsst ihr es nicht aufnehmen und hochladen. Das ist der falsche Weg. Wenn ihr dann sagt, ich schneid gerne Videos, dann schneidet ihr Videos, ladet die bei euch auf die Festplatte und das war's. Aber sobald ihr das öffentlich stellt, wollt ihr doch, dass es gesehen wird. Also müsst ihr auch ein bisschen auf eure Zuschauer eingehen. Ihr müsst flexibel sein. Ihr sollt natürlich immer ihr selbst bleiben. Ihr könnt auf jeden Fall Ratschläge annehmen, die von euren Zuschauern kommen. Natürlich kommen da noch tausend andere Faktoren hinzu, die den Erfolg eures Kanals beeinflussen. Ich kann nicht auf alle diese Sachen eingehen. Ich würde aber sagen, dass ich auf die wichtigsten Dinge eingegangen bin. Falls ihr das Video geschaut habt und gar nicht viel mit YouTube am Hut habt, also keine YouTuber seid, sondern nur Zuschauer, dann hoffe ich, dass euch das Video zumindest einen kleinen Einblick gegeben hat in die YouTube-Materie. Und falls ihr reingeschaut habt, weil ihr bald einen Kanal starten wollt oder einen Kanal habt und guckt, wie ihr euch vielleicht verbessern könnt, hoffe ich, dass ich euch jetzt irgendwie helfen konnte und ihr mit eurem Kanal einfach glücklicher werdet. Oder dass ich vielleicht sogar einige komplett in ihrer Meinung umstimmen konnte, ob sie jetzt einen Kanal erstellen oder nicht. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an euch, an meine Zuschauerleins. Ich bin sehr stolz und ich freue mich, euch meine Abonnenten nennen zu dürfen. Ich hoffe, dass ich euch in Zukunft weiterhin unterhaltsame Videos bieten kann und euren Tag etwas schöner gestalten kann. Vielen Dank. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. 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 Ja.